Das ist ein Blackhawk. Ja, kann gut sein, dass der abwirft. Aufpassen. Siehend, ich höre ihn wohl. Jetzt kommt, jetzt kommt. Machen wir die zuerst weg. Weil die laufen, die sind ein bisschen gemütlich. Wo sind sie denn? Die springen gerade ab. In der Luft. Watt hat G36 auf mich geschossen. Wer schießt da? Du? Ich. Ah ok, alles klar. Ach, jeder. Ah. Ich sehe nichts, was abwirft. Ja, ich auch nicht. Mittig überm Feld. Ah, jetzt sehe ich es. Ah, jetzt höre ich gut. Wie verrückt. Oh, einen habe ich getroffen. Wow. Oh. Und der nächste. Oh scheiße, Zombies. Ja. Die werden sehr weit zu dir getragen, Jan. Alles da nicht. Ich hatte ja auch noch Probleme mit dem G36-Typ. Ja. Irgendwo gegenüber, was man weiß. Ah, Mist, Zombies. Oh, Alter, bei mir schlägst du gerade richtig ein. Ich konnte die leider jetzt nicht weiter. Oh, Zombies. Ja. Auf dem Feld vor oder hinter der Stadt von unserer Startposen. Alles nötig von der Bosen. Alles nötig von der Bosen. Ich bin gleich nicht getötet. Ja, runtergefallen sind sie aber. Das habe ich gesehen. Ja, dann müsste er eigentlich tot sein. Vielleicht ist er durch den Sturz angestiegen. Oh. Oh. Hat einer gerade DMR oder sowas geschossen? Nein. Ist aber dicht vor mir eingeschlagen eben. Ja, und der Schuss kam von hinterm. Oh, oh. Oh. Ich wechsel mal ein Posi wieder. Ich ruhe da ein Stückchen zu euch. Oh, Alter, ganz nah. Ja. Ganz nah und laut bei mir. Wo ist denn der? Da ist er vor mir. Direkt vor dir oder wie? Ich sag doch, die sind alle da vor der Wald nicht runtergekommen. Auf dem gelben Feld, ne? Das ist so, Alter. Oh Gott, jetzt sitzt er da hinter da. Oh Mann. Wo bist du ungefähr? Was ist der? Habe ich jetzt drei oder nicht? Ah, warte. Sitz, schießt du, oder ne? Das zwei. Das bist du nicht, glaube ich. Da sehen wir. Ne, ne, er schießt auf mich. Der ist... Ne, ne, das ist ein... Ne, ne, das ist ein... Ich habe einen, glaube ich, getroffen. Aber hat nicht getötet. Der ist jetzt aufgestanden und rennt. Ist das der? Oh Gott, da ist da. Ja, ja, ne, 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 ne. Okay. Weil ich habe einen im Wald getroffen, aber leider war es kein Headshot. So, ich habe jetzt einen im Wald getötet. Der ist aufgestanden, jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Ja, ich weiß nicht, ob es da war. Also einen habe ich jetzt gerade getötet, der da war. Zombies. Weiß Zombies. Da ist noch einer. Okay, ich habe gleich noch einen. Oh, hier hinten rumgarten schon wieder die Zombies rum. Das gibt es ja gar nicht. Ja, ja. Waren insgesamt sechs oder sieben falsche Springer. Dann haben wir jetzt schon vier. Zwei habe ich. Wow. Ja, wir haben insgesamt schon vier. Waren, wie gesagt, die waren hier teilweise genau mitten in meinem Wald. Also... Ja, die sind quasi über dir abgesprungen. Ja, ja. Ich habe einen noch gesehen, aber da wäre er weggerannt. Ich werde jetzt aber... Doch, ich sehe noch einen Moment. Leider mich erstmal wieder um die Zombies kümmern. Ja, ich muss ja auch gerade wieder... Verdammter Mist. Ich fick ihn noch nicht, weil die Bäume alle entdecken. Ich bin aber geil. Wow. So, hab ihn. So, ein oder zwei nur noch maximal. Bei mir ist ja eben ganz dicht was eingeschlagen. Wenn wir die Abspringer alle haben, müsste dann auch der Black Hawk langsam runtergehen. Also ich habe, wie gesagt, drei jetzt im Wald getötet bei mir. Aber gut, dass ich schon so weit vor war, sonst wird. Ich bin drin gestanden. Yvonne, wo bist du ungefähr? Na, ich bin immer noch da, wo du vorhin warst. Ja, hier links immer noch einen, aber ich sehe niemanden. Ich weiß noch, wo einer war, den versuche ich noch zu töten. Und dann könnte ich mal Blut brauchen bei Gelegenheit. Hm. Kann dir geben. Moment. Guck grad noch bald nochmal ab. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Oh, da ein Wald. Ich habe noch einen. Oh, krass, Alter. Ich sehe ihn. Gut. Sehr schön. Hast du noch hier mal den Helikopter? Ah, Black Hawk down. Black Hawk down. Ich habe ihn nicht gesehen. Merk, wo ist er runtergegangen? Von mir aus östlich. Kannst du da hingehen und die Unfallstelle saubern? Ich kann es probieren. Das wäre sehr, sehr schön. Wir müssen uns im Link keine Sorgen machen. Das Problem, wie gesagt. Also der, die sind... Der ist halt super weit weg, aber ich habe die Explosion gehabt, ne? Ja. Oh, das haben wir jetzt. Ob die uns überhaupt stören. In dem Sinne. Doch, doch. Die kommen zu Fuß. Die kommen uns dann nachher in den Rücken gelaufen. 100%ig. Das ist dann so oft passiert. Das ist halt... Ja, ich habe die Absturzstelle halt noch nicht gesehen. Ich habe es nur gehört, aber ich laufe mal in die Richtung. Ich müsste dann halt die 1, 2 Grad machen. Insgesamt müssten das ungefähr 3 sein. Beim Absturz? Ja. Ich habe ihn nicht gehört und nicht gesehen leider. Ne, ich auch nicht. Das ist für eine Stadt hier jetzt, wo ich hinrenne. Wer schießt da hinter mir? Schall gedämpft? Ich habe einen Zombie getötet. Irgendwo bist denn du? Wegen Blut? Also, die sind östlich von unserem... Unser Melikon irgendwo runtergekommen. Ähm, Achtung! Ja, 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 ja. Ich bin zwei Meter von dir westlich ungefähr. An der Allee vorne. So, Yvonne war hier aber auch irgendwo. Ja, ich sehe sie, aber dich nicht. Na doch, ich sehe sie wieder. Aber du bist ja auch so unauffällig orange, ne? Ja, eben. Das ist dann auch nicht so schwer. Ich bin aber, ich habe Survivorklamotten an. Ich bin weiß, schwarz, blau. Mit grünem Rucksack. Okay, ich habe den Indikaten schon wieder explodieren. Ah, ich sehe dich. Ah, ja. Habt ihr schon Blut oder soll ich kommen? Ich habe immer einen Rucksack. Dann, dann kann ich ja hier bleiben. So, wo seid ihr beide? Ähm, komplett andere Richtung von dir. Aber dich sehe ich auch, da vorne. Was, brauchst du Blut? Blut, ja, bitte. Also, ich habe auch nur noch einen halben Tropfen, wenn mir auch einer Blut verabreichen könnte. Ja, ähm, warte, wo bist du? Äh, links von dir. Boah, herzlichen Dank. Brauchst du auch noch was? Nö. Unversehrt. Dann kommen wir mit. Warte, ich komme zu dir. Also, die meisten Gegner, die es jetzt noch gibt, sind ungefähr geradeaus vor uns. Ich habe in meinem Rucksack Blut. Und zwar in dem Ballstück. Hier kommt eine Lichtung und hinter der Lichtung. Mhm. Okay. Und von hier aus geradeaus nach rechts weg. Weil mir fehlt auch die Spitze, wenn du mir geben willst. An der Stadt vorbei. Was fehlt dir? Weil überall Garten stehen. Auch Blut geben. Mir fehlt die Spitze. Du brauchst Blut. Okay, Moment. Ähm. Ja, nicht rauchen. Muss ich mir nur erst aus dem Rucksack holen. So. Also, ich bin jetzt in Redkopf und der Hezekiel ist immer noch weiter entfernt von hier. Ich glaube nicht, dass die uns gefährlich werden. Ja gut, dann komm mal zurück. Wie du meinst. Also, theoretisch so, wie die falschen Sprühe abgeworfen wurden. Ja, ja passt. Für die falschen Sprühe abgeworfen wurden, kommen sie dann auch eher dir in den Rücken. So, also, wohin du? Ihr könnt euch auch mal im Vorrücken Richtung Nordwesten. Wir können die Stadt einnehmen. Ja, die Stadt einnehmen hat sich mal gut an. Nordwesten. Die Stadt einnehmen klickt gut. Oh, fuck, 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 Alter. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh. Und das hat ja wieder ein Kram weh. Ja, komm mal. Ja, komm mal. Ja, komm mal. Ach, ich sehe einen. Ich sehe einen. Warte, warte, warte. Okay, dann lasse ich dir. Das zielt gerade in die Stadt rein, ne? Ja, ich habe aber keine Knarre um den zu kriegen. Ach so. Schade. Habe ich schon gesehen dann. Wir schießen mal weg für dich, ja? Ja. So, okay, ich sehe jetzt die ersten Garten. War der? Genau, der war's. So, ich werde jetzt mal hier Richtung Stadt am Waldrand. Die Garten schießen auf mich und davon kriege ich Zombie, also was soll denn das? Nee, nicht von den Schüssen. Dann haben mich die Zombies gesehen oder gehört. Da hinten ist ein Nest, kann das sein? Ja, habe ich auch gesehen. Ja. Also. Wo seid ihr zwei? Ich versuche euch gerade zu orten. Ich bin in Richtung, Moment, Westen gelaufen. Am Waldrand. Wir sind südlich von der Stadt. Wir sind genau südlich von der Stadt. So, da sind jetzt noch zwei Guards. Alter, die Zombies haben ja mittlerweile eine Platte kaputt geschossen. Ich raste aus, ne? Oder geschlagen. Geschossen. Ja, quasi haben sie ja geschossen, ne? Wie, ey, jetzt kommt hier ein Zombie angerannt? Wie, wie kann denn der mich bitteschön sehen? Ist ja wohl ein schlechter Witz. Und jetzt? Ja. Und jetzt? Ja. Ja.